Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das darf nicht blinken, oder? Und besser aus der Richtung, da kommen wir über den Hügel drüber und dann abfahrt. Und dann, Adam, wir haben nur ein Problem, Bro. Was denn? Diese Szene, wenn du mich filmst und ich auf dem Fenster die Sektpulle hoppe, das kriegen wir ja nicht hin. Außer ihr würdet rückwärts fahren. Das heißt, du musst irgendwie während Pushy fährt durch Pushy steigen. Nee, ihr müsst rückwärts fahren. Entweder ihr fahrt rückwärts. Pushy muss rückwärts fahren. Oder du musst halt über sie drüber wegfilmen aus dem Fenster irgendwie. Das sage ich nämlich, weil hinten halt keine Fenster sind. Die Scheiße. Oder wir kloppen einfach ein Fenster raus. Ja, Kofferraum setzen geht klar. So, meinst du den hier noch irgendwie? Ja, es sieht man da. Willkommen im Dreck, Alter. Ja, das war gut. Kann man nämlich gleich auch die Aussteiger. Pushy, du musst eh mal rückwärts fahren. Wie schnell denn? Du stopfst dich doch. Ich bin echt schlecht im so gerade. Hast du einparken und so gerade fahren? Ja, das musst du jetzt heute einfach mal machen. Wie viel siehst du jetzt da drauf? Ich komme jetzt auch noch. Ich sehe dich bis... Warum Arne kann ab und zu mal noch... Genau, also wenn links und rechts irgendjemand... Oh, Alter, das wird eng. Ab, bis du so reinguckt, oder? Ja, genau. Ich kann, ich kann... Oh, scheiße, oder? Ich habe das Fokus vielfach angeschaltet. Das Ding ist auch geil. Ich fahre jetzt einfach immer hin und her. Ja. Das machen wir jetzt einfach ein bisschen. Aber dann ist mein Droppelkin ein bisschen hoch. Dein Droppelkin? Dein Droppelkin! Boah, die Kopfnuss hätte nicht sein müssen, Alter. Bei mir war okay. Ja? Bei mir war okay. Arne, dich sieht man im Spiegel. Mach mal. Du Spiegel? Ja. Mal nochmal von vorne und dann haben wir den heutigen Tag. Wir können mal endlich saufen gehen. It's a Rap, Alter. It's a Rap nennt man das, sagt man dazu. Oder von der Seite macht keinen Sinn. Wenn du nochmal da sitzt, dann fahren wir ja nicht. Eben. Oder wenn noch eh mal, würde ich... Oh, noch trotzdem... Ach so, stimmt. Und du hältst dir da rein. Deswegen brauchen wir die Einstellung gar nicht, dass du hier filmst. Okay. Ist selber schuld, weil du so viel Arbeiten gehst und Familie hast. Es war keine Sonne. Es war richtig. Ja, in Leibniz war Sonne auf jeden Fall. Kann er die abdrehen? Hinter an und vorne an und hinter an und vorne an. Okay, jetzt ist Licht weg. Jetzt kommen wir nach Hause fahren und saufen. Das geht aber nicht bei fünf Leuten. Das geht bei fünf Leuten. Jedes sehr gut sogar. Boah. Kann ich so machen. Chapo ist auch mit dabei. Ich würde sagen, wir laufen ein Stück. Wir laufen dann hier ran. Und dann machen wir dann was? Gehen dann weg oder bleiben hier so stehen? Nee, das ist ja dann hier die um die Ecke, wo wir uns dann aufheizen. Genau, hier kommt ja auch der. Ah, das war die Ecke. Dann bleiben wir die Kanotten. Also da auch liegen dann. Genau, die werden da liegen. Weil wir müssen ja irgendwie Label ändern. Ja. Ich würde sagen, ich würde meinen Zahnschutz auch einziehen, aber dann so, ich habe die Hassmaske schon auf, dann ziehe ich es so runter und mache es auch. Okay. Okay. So cool. Ja. Frechen Blick. Frechen Blick. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Nicht aufgeregt sein. Ja, bin ich aber. Soll ich denn machen mit dem LV? Was? Ich schmeiß die jetzt da irgendwo hin, Arne. Ja, also lass mal. Der macht den Südweg, macht den mit dem LV. Ja, mach mal. Schöne! Gibt es die Haste-Joints noch vorhin drüber? Ja. 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 Das ist eigentlich nur noch mit einer Maske. So, hast du eine Maske bevor ich kann? So, und Masken jetzt wieder runter, weil da kommen Kinder. Ja. Ja. Cheers. Achselsohne. Wollen wir einen Satz? Nee, sowas auf jeden Fall nicht, Alter. Und nicht zur Kniebeuge. Es zählt nur Sit-Ups oder die Stütze. Ich kann hier nichts machen. Nee, komm, Alter. Warte, ey. Knie Stütze. Auf die Fäuste. Dann hier. Nachaufnahme. Die Fäuste auf diese Steine. Und dann mit Abspringen. Und Platzen, Alter. Hahahaha. Ich bin super. Guck uns gleich an. Ich bin nicht gespannt, Alter. Bleist ja nicht auf eine Packung. Erstmal ein Taktchenchen. Vielleicht zwei. Ja. Denn ich habe zwei sind gespannt. Puh. Hoppa. 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 Ohne Musik. Jetzt erst mal ein Bier und eine Kippe. Kippchen. 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 Ey, Jungs. Aber mal ganz im Ernst. Die Hälfte vom Video. Ist schon im Kasten. Ja, würde ich auch sagen, oder? Ja. Na ja. Wobei, jetzt. Ich muss auch sagen, jetzt kommt auch immer noch gut ordentlich. Ja, jetzt kommt der anstrengendste Teil für alle. Hast du die Drohne auch ready und so? Gespann. Ich kann das zusammentreffen. Geil. Ich kann das gewischt. 3,8 Kilometer, Pato. Auf deinen Nacken. Auf meinen, Alter. Ja, weil ich völlig falsch war. Ich habe euch nicht gesagt, und die anderen waren nicht schlecht. Was für eine Graffiti? Was für eine Graffiti-Moll, meinst du? Das kleine Ding da? Geh, ey. Nein, das tut mir leid, aber ich habe einen standartischen Grund. So, hat den liebsten Standort schon... Gott, wo seid ihr gekommen? Seid ihr auch von der Gartensparte gekommen? So war der Einzige, der den Standort hatte. Ja? Du hast den weißen Foch-Toolshirt. Entschuldigung, Bro. Und du hast eine besondere Aufgabe heute übrigens. Ich dachte, das war ohne Logo. Kurz bevor es dann kracht, sagst du, wir rennen ja dann aufeinander zu. Du hast entweder einen Superman-Punch, aber vielleicht wäre auch noch ein richtig geiler Kick in die Menge drin. Aber mach mal nicht richtig. Ne? Serial, ich lauf dir den Weg. Ist doch ein neues Musikvideo, jetzt doch viel Glück, Bro. Beide, es läuft aus, jetzt sägt doch. Mach doch mal keinen Scheiß mit Bier hier. Nicht für ein Verhalten, Alter. Nehmt euch mal ein bisschen Mühe, Alter. Rufen, ist doch okay, Alter. Ich hoffe, Nina, du hast den Off-Feld. Nein. Team Schwarz muss nochmal antreten mit Bandagen. Also, ich hab schon jetzt vierte oder fünfte Bier in Tours. Ich hoffe, jetzt ist okay. Wir laufen jetzt gemeinsam da, wo die Drohne liegt. Da steht Team Schwarz. Dann steht, mach eine Motivationsanfrage. Dann geht die Drohne hoch, schwenkt um für euch. Ihr und ihr lauft denn. Wir kommen angelaufen zum Termin, aber noch nicht in Formation. Noch nicht in Superformation. Kommt einfach, aber entschlossen und motiviert. So warm, 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 genau. Ja, okay. Ja, wie Otto Papa. Ja, wie Otto Papa. Ja, genau. Vier vorne. Und drei hinten. Ich schneide die Blomben so ein bisschen. Und dann laufen aber so quasi. Ja, genau. So. So. Ihr habt auch schon richtig Bock, ne? Ihr fettst euch nicht. Oh, Alter. In Ruhe vorm Sturm, nennen wir das. Montag ist zwei Zitronen-Gesotto. Ihr macht ein Foto, oder? Der filmt das auch heute an. Oh, reicht. Ey, Team Schwarz. Andritt. So, lange. An der Kamera vorbeigucken, ja? Ja. Arne, guck mal an der Kamera vorbei und richtig böse. Sie bekifft, oder was, Alter? Supergeil. Ja! Und noch mal schnell mach ich's jetzt. Ja, sehr gut. Hast ihr gerade einer geforzt werdet? Es riecht so aus. Ich war's nicht. Warte, warte. Warte, warte. Ich schlage, wir drücken uns gleich. Komm! Komm! Komm, Junge! Komm! 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 Mann, du siehst heißer aus. Bist du mal ein Arschloch? Stellt euch! Stellt euch! Das wird teuer. Spiel einfach. Machst du ein bisschen Farbe mischen mal, damit du es mit drauf bekommen soll? Damit man weiß, um was es geht? Aber richtig mit hinsetzen bei den Schneidersitz, oder? Richtig süß! Die Kamera läuft, wenn ihr bereit seid, könnt ihr loswerden! EES R., IES R. Eins Gammuskeiner! Eins Gammuskeiner! Eins Gammuskeiner! Ein Gammuskeiner nehmen! Alles ist die Fuhre aus dem Leben! Eins Gammuskeiner! Also machst du auf, ja? Ein bisschen kuscheln, streichelt euch gegenseitig. Der Flug kommt einfach von außen rein mit der Erdbeere dann. Kamera läuft. Ja, streicheln. Komm hier, komm. Hier, Adam. Adam, warte mal hier. Ey. Nimm mal hier, nimm mal hier, nimm mal hier. Du wirst noch was hier? Oh, 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 oh. Dann haben wir Hund. Das ist geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020